Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Haben Sie ihn also doch erwischt? Sie vermuten, er wurde umgebracht? Nein, 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 nicht, also, nur dass er bei bester Gesundheit war, er, er hatte Feinde. Für wahr, er wurde ermordet. Grundgütiger, ein Mord hier. Gott erbarme sich seiner. Jemand hat mitten in der Nacht mein Abteil durchwühlt, aber auf mich hört ja niemand. Gab es einen Mord? Was geht hier vor? Gibt es auch einen Mörder? Der Mörder ist unter uns. Und jeder von Ihnen ist ein Verdächtiger. Und wer sind Sie? Mein Name ist Hercule Poirot und ich bin vermutlich der größte Detektiv der Welt. UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020